Oh, ist das schön. Oh, ist das schön. So was haben wir lange nicht gesehen. So schön. Zweite Liga, Hamburg ist dabei. Zweite Liga, Hamburg ist dabei. Zwar haben wir es nicht direkt geschafft, aber wir haben noch die Chance. Und ich denke, zwei Spiele mehr, wir schaffen das. Nächste Saison werden wir in der ersten Bundesliga spielen. Ich denke, ich glaube ganz fest daran. Gegen Stuttgart ist ganz viel drin. Stuttgart hat letzte Saison nicht wirklich viel gezeigt. Haben die letzten zwei, drei Spiele eigentlich ganz gut gespielt. Aber ich denke mal nicht, dass es reichen wird, um Union den ersten Jahrplatz zu rauben.